Oh, super, super, super. Ich wusste es, ich schaffe es. Naja, hätte ich jetzt gar nicht richtig dran gedacht, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Subnautica. Ja, Leute, es geht wieder weiter. Also, ich habe schon ein bisschen vorgesorgt. So, ich habe jetzt ein bisschen trinken, essen, das lasse ich noch. So, und natürlich, ja, das wurde schon in den Kommis beantwortet. Also, das Außenbeet war keine gute Idee. Also, das müssen wir auf eine Insel bauen. Das geht leider draußen nicht, aber hätte ich mir eigentlich denken können. So, und jetzt, wir können aber ein Innenbeet bauen. Und das werde ich jetzt auch machen. Was? Weg? Jetzt? Ja, geht doch. Äh, so, dahin, dahin, genau. Sieht jetzt zwar scheiße aus, ist aber so. So, und da können wir jetzt, ich weiß nicht, ah, worauf ich die hingetan? Also, die verfaulten können wir nicht mehr reinsetzen. Also, deswegen will ich jetzt die versuchen. Es kann ja sein, dass es funktioniert. Okay, also, es kann nicht sein, dass es nicht funktioniert. Okay, ah, scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wirklich funktioniert. So, ähm, genau. Ich wollte mir jetzt ja noch zwei Batterien machen, denn wir wollen jetzt in die Aurora. Oh, was war das denn? Baut Fahrzeuge aus... Was? Schmierstoff und Titan... Das habe ich doch alles, oder? Titanbaren, Schmierstoff und, und, und... Was war das nochmal? Was war das nochmal? Äh, Energiezelle, Energiezelle. Die habe ich doch hier. Boah, was ist das jetzt für ein Ding? Yo. Ach so, ich habe gedacht, so eine Unterwassermutterraße sah das aus. Ah, schade. Aber was ist denn das? Ist mal interessant zu sehen. Inventar ist voll. Können wir auch gleich wieder lernen. So. Ähm, okay, okay. Ähm, ah, ich muss das ab... Oh, Mist. Äh, was kann raus? Was kann raus? Das brauche ich jetzt gleich. Einen davon. Wir haben ja ein bisschen Energie verloren. Ähm, Signale tun wir erstmal da rein. Die können wir wechseln. Hat mir auch extra jemand, äh, als Info gegeben. Ah. Was tun wir rein? Komm, Sauerstoffflasche. Die muss ich aber gleich wieder rausnehmen. So, was kann das Ding? Baut wirklich Fahrzeuge aus Rohmaterial. Kann ich den denn jetzt... Ich versuche es jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt hier die Eins drücke. Was kannst du? Das... Die Fahrzeuge sollte im Wasser... Okay, ich versuche jetzt mal. Und... Was? Ach so. Äh, mache ich jetzt extra hier daneben. Oh. Aber hallo? Was? Was? Irgendwas... Irgendwas... Ne, kurz runter. Was? Hallo? Nochmal. Das ist ein zweites Officer Keen. Broadcasting. Okay. To all of our crew. Kapitän is all gone. Blah, 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 blah. Download transmission origin coordinate. Kriege ich die Koordinaten? Kriege ich die jetzt gleich, oder? So, das nehmen wir natürlich auch mit. So. Ich glaube, das war es jetzt. Ach, Leute. Und habt ihr das gerade gesehen? Mit den Ausrufezeichen? Das ist jetzt neu. Das kam jetzt mit dem neuen Update. Kann man... Okay, da ist jetzt... Okay. Das... Aha. Scheinst du, dass wir kein Signal davon bekommen haben? Kann ich auch nichts machen? Kann... Oder? Ne, Rettungskapsel 17 und die 8. Okay. So. Äh... Klettern. Ich wollte das eigentlich... Ja, okay. Na. Kann man das wieder aussammeln? Ah, ich versuch's mal gerade. So. Na, komm. Ab rein wieder ins Inventar. Ja, super. Boah, wie laut das ist. So, das wollte ich jetzt hier oben drauf haben. So, genau. Nicht zu nah an der Kapsel, ne? Nicht, dass die Kapsel abhaut und das ist dann auch auf einmal weg. So. Congratulations, Survivor. You have just exceeded your weekly exercise. Was? Hab ich echt was erreicht? Fahrzeug. Seemotte. Bestandsteile unbekannt. Also muss ich jetzt echt... Oh. Hi. Kann ich... Kann ich die anfassen? Hi. Ja, Leute. Tut mir leid. Ich kann leider nichts bauen. Sonst hätte ich jetzt etwas gebaut, aber... Ja, tut mir leid. So. Wir nehmen mal die Sachen wieder mit. Boah, das ist echt schwer, hier wieder einzupacken. Ähm. So, wir nehmen's wieder auf. Häh. Ich bin geflogen. Nice. So. Wir haben hier noch was vor. Wir wollen ja noch in die Aurora. Deswegen... Schnell rein da. Das legen wir jetzt erst... Wo tue ich das jetzt rein? Das ist jetzt eine Frage. Das ist jetzt eine Frage. Also, ich muss jetzt... Kann... Das... Das muss raus. Das muss raus. Auf jeden Fall. Ähm. Wie machen wir das jetzt? Da können wir jetzt... Ach, genau. Genau, genau. So. Was geht... Was geht... Ja, hört ihr das? Was war das? Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Mir kommt schon klar. Mir kommt schon klar. So, ich glaube, ich kann nur zwei Batterien machen. Kann ich noch eine dritte? Nein. Ah. Müsste aber reichen. Müsste reichen. So. Zwei neue Batterien. Volle. So. Das Poster kann erst... Ach, das können wir bestimmt aufhängen hier. Äh. Können wir später machen. Können wir später machen. So. Davon haben wir genug. Die nehme ich mit. Dann können... Ja. Super. Nice. So. Da. Das brauche ich noch. Äh. Ich denke mal, Trinkflaschen... Ah. Nehme ich vorsichtig. Ah. Oder? Eine müsst ihr erreichen für den Gang dahin. So. Jo. Und. Bevor ich es vergesse. Davon noch eine. So, Leute. Auf geht's. Äh. Zack. Raus damit. Raus. 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 So. Ähm. Jetzt müssen wir unseren Seegleiter. Oh, einen Seegleiter. Der muss mitkommen. Komisch. Die Kup... Also, die Kapsel ist immer noch da. Ich frage mich echt, ob die jetzt irgendwann verschwindet. Aber es sieht noch ganz gut aus. So. Bye, bye, Base. Ähm. Ich komme wieder. Ich muss nur kurz etwas erledigen. So, Leute. Da haben wir das erste Objekt. Ich weiß nicht, ob ihr euch genau daran erinnern könnt. Aber die sahen vorher anders aus. Also, sie sehen... Ich finde, sie sehen... Uh. Was war das denn? Ja, ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin ganz herzlich zu dir. Gib mal das Ding da oben auf deinen Schädel her. Ach, ich kann das. Okay. So. Hä? Das... Ah, super. Okay. Oh. Was ist das denn? Oh. Wir wurden vergiftet. Oh. Ernsthaft? Komm her hier. Hä? Die erschießen uns. Juhu. Alles klar. Er hat seine eigenen Geschütze da drauf. Ähm. Ich... Ich... Ich lasse den mal lieber allein. Das habe ich gar nicht gewusst. Diese kleinen Würmchen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ja, ich bin immer noch auf die Suche nach irgendeinem Eingang. Aber ich glaube, der befindet sich wirklich ganz an der Spitze. Da... Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ich denke mal, da kommen wir schon hin. Weil wir waren da schon mal drin. Aber... Ja, ich war nicht schnell genug. Also konnte ich jetzt nicht genau erfahren, was sich dort befindet. Aber... Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh, oh, oh. Der Levi kommt da wieder. Hi, hi. No. Und er kriegt mich. Er kriegt mich. Er kriegt mich. Ui. Nee, er hat mich nicht. Ha. Jo. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich lasse dich allein. Ich lasse dich allein. Alles klar. Ich störe dich schon nicht mehr. Oh. Bloß runter hier. Kann sein, dass wir einen Eingang gefunden haben? Nee. No. Ist er nicht. Ist er nicht. Ähm. Leute. Ist das hier ein anderes Schiff? Oder ist das hier ein anderes Schiff? Das Schiff ist komplett hinne. What the fuck? Äh? Alles klar. Habe ich irgendetwas verpasst? Oder wie? Hä? Okay. Äh. Zack. Ausrüsten. Wie können wir denn hier... Hä? Alles klar. Was? Hä? Leute, ich hab... Ich hab echt was verpasst. Irgendwie hat sich das Schiff verändert. Kann... Hallo? Ich... Ich... Hä? What's going on? Kann das sein, dass wir nicht mehr in die Aurora gehen? Das wär doch jetzt, äh... Das wär echt tragisch. Äh. Ja. Hat jemand noch das gleiche Problem wie ich? Wie... Wie können wir denn... Juhu. Juhu. Schön. Aurora, was ist los mit dir? Okay, Leute. Ich hab bemerkt. Ich komm hier nicht mehr rauf. Die Aurora ist komplett zerstört. Ich weiß echt nicht, wie ich da jetzt irgendwann mal wieder raufkommen soll. Ah. Leute, wenn ihr irgendwelche Infos habt, äh... Ob das jetzt normal ist oder ob das mit einem neuen Update reingekommen ist, schreibt das am besten in die Kommis, weil... Ich hab echt dafür keine Lösung. Ich hoffe, ich... Ich komm da noch irgendwie rein. Ich hab noch keinen... Eingang gefunden. Oh Gott. Okay, okay, okay. Hier hab ich was. Hier hab ich was. Aber das war bestimmt dieser Eingang, den wir schon gefunden hatten. Okay. Das hab ich wohl schon rausgesucht. Nee, das... Alles klar. Gibt es ihn doch noch? Ah. Leute. Ich hab einen Schrecken bekommen, dass... Dass ich irgendwas falsch gemacht hab und wir können... Hä? Bin ich jetzt viel zu weit da rausgesprungen? Und ich krieg schon übelste Panik. Ah. Okay, 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 okay. Alles ist super. Alles ist gut. Ähm. Wir können ganz normal weiterspielen. Hi, 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 hi. Okay. Ich bin mir sicher. Irgendwo am Rand war ein Loch. Und den müssen wir unbedingt suchen. Okay, Leute. Eigentlich gibt es noch einen Zugang. Unter der Aurora. Problem ist jetzt aber... Der ist dort. Und ich komm noch nicht hin. Ich versuch... Ich steck jetzt fest. No. Oh, oh, äh. Äh. Ich steck wirklich fest. What? Was ist... Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. What the fuck? Was war das denn gerade? Ich hab keinen Titan oder so mitgenommen, ne? Oh, oh. Ah, ich kann nichts bauen. Ich kann nichts bauen. Nicht gut. Nicht gut. Äh. Help. Help. Hilfe. Irgendetwas. Äh. Scheiße. Jo. Äh. Holy shit. Okay. Äh. Ich hab einen ziemlich guten Plan, wie wir da jetzt rein können. Ah. Ah. Ich bin Genie. Ich bin Genie. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt noch überlebe. Oder ob ich überhaupt nochmal da rauskomme. So. Wir brauchen Titan. Äh. Kann ich das scannen? Nee. Kann ich nicht scannen. Alles klar. So. Dann muss ich mich natürlich kurz auf die Suche begeben nach Titan. Weil ohne das komme ich da jetzt nicht rein. Kann ich da jetzt rein? Leute. Ich bin im Boden drin. Hä? No. Oh. Schnell hier was hinbauen. Schnell was hinbauen. Geil. Schon wieder. Schon wieder. Ich bin runtergepackt. Oh shit. Ich hoffe, ich komme jetzt noch hier raus. Komm, komm, komm. Abbauen. Abbauen. Yes. Baby. Wir haben es. No. 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 Konzentration. Konzentration. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich glaube, ich ertrinke. Ich glaube. Oh shit. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Schnell. 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 Oh 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 oh. Oh. Komm, 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 komm. Oh shit, 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 shit. Äh. Hei, 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 hei. Hu, hei. Nice. Leute, wir sind endlich drin. Naja, bis jetzt sind wir noch nicht drin. Ähm. Ja. Aber wir sind jetzt. Wir kommen jetzt immer... Oh, super, super, super. Ah. Ich wusste es. Ich schaffe es. Naja. Äh. Hätte ich jetzt gar nicht richtig dran gedacht. Aber wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Wo geht's hier lang? Hier hoch? Äh. Äh. War das falscher Weg? Gibt's hier noch... Hä? What? Äh. Also da bin ich, denk's, da. Also. Also hier so... Geht ihr nur einen Weg da lang? So. Dann... Sind wir dann... Hier so? Okay. Okay. So. Alles klar. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Können wir nicht. Ja, Leute. Also ich hab echt versucht. Alles... Alles, was geht. Ich komm hier nicht durch. Ich hab das ja schon mal gesehen. Aber das Ding war offen. Ich kann aber auch nichts drücken, dass das irgendwie aufgeht. Das sieht so... So... So verschweißt aus. Das ist... In den Schiff drehen. Also geht das nicht. Ich hab auch versucht, jetzt irgendwie... Das jetzt irgendwie hier hinzustellen. Damit sich das da oben abbaut. Aber noch nicht mal das geht. Ja. Ist halt tragisch. Aber... Ja. Müssen wir halt vergessen. Oh, oh. Ich brauch Energie. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Ros, 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 ros. Oh, oh. Äh. Knapp, 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 knapp. Oh, 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 oh. Ich steck fest. Ich steck fest. Oh, ja, ja. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ah, ja. Mal, 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 mal. Uuuuh. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Luft, 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 Luft. Komm, hoch, oben. Ich steck fest. Nooo. Ah, Glück gehabt, Glück gehabt. Äh. Geil. Geil. So. Endlich sind wir da. So, jetzt brauche ich ganz kurz. Oh. Seit wann wird das so angezeigt? Alles klar. Also, es ist so zur Info, äh, dass man schon mal eine Sache davon hat. Okay, ähm, wir brauchen jetzt, äh, genau. Wir haben's ja jetzt. Jetzt brauchen wir aber noch Glas einmal. Ich glaub, sogar zweimal. So, genau, zweimal. Nice. So. Dann könnten wir jetzt... Ja, ich würde mal... Ah, wo... Ich glaub... Ja, ich mach das mal so. Ich mach das mal so. So, ich hab mir jetzt gedacht... Äh, dann können... Äh. Das baue ich jetzt mal ab. Muss jetzt leider sein. Ähm, da bauen wir jetzt noch mal so eine... Glas... Korridor, aber der Doktor gerade nicht an. Geht das gar nicht? Oder muss ich das eventuell von drin machen? Mal sehen, wir probieren's ja einfach mal aus. So. Ich hab jetzt gedacht, dass wir das jetzt... So rein machen. Aber das geht ja gar nicht. Ähm, kann das sein, dass wir sowas... Dahin machen müssen? Ha? Ich, ich, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Wir müssen raus. So. Na, ich hoffe... Ich, ich hoffe mal, es geht. So. Das wäre ein Korridor. Ja, falsche Richtung. Eigentlich dann hier bitte hierher. Äh. No. Wir versuchen's einfach nochmal. So. Du sollst da andocken. Du hast doch hier auch angedockt. Und kann das doch sein, dass du einfach da andocken tust? Weil da hier andockt... Hier geht das. Aber warum... Äh. Jetzt ist nicht nur Bahnhof. Mal sehen. L-Korridor. Ach. Extra jetzt... Gibt's ein Rechtskorridor. L-Korridor. Äh. Raff ich jetzt nicht. Wie dreht man die? Wie dreht man die? Wenn ich das doch jetzt so hinsetze, das... Das funkselt nicht. What the fuck? Was war das? Was hab ich da grad gesehen? Ach du Scheiße. So. Dann versuch ich jetzt einfach mal Beobachtungsraum. Ach so. Das hat schon extra ne Luke. Na das sag mir doch gleich. Oh. Oh. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Muss ich sagen. Das gehen wir jetzt auch erstmal kurz von drin angucken. Hehehe. Hi. Huuu. Jetzt fehlt hier aber noch die Deko. Boah. Das sieht übelst krass aus. Ich liebe es. Ah. Jo. Was kann man Besseres haben als... Also man könnte sich das irgendwie wirklich vorstellen. Wenn man jetzt... Wirklich unter Wasser... Ja. Man kann ja nicht zu tief bauen. Ansonsten ist es sofort weg. Äh. Wenn das hier gar nicht so tief ist. Wenn man so eine Wohnung hat. Und dann noch so etwas. Ich sag mal. Wie eine Art Restaurant. Also sowas gibt es ja natürlich. Ich finde das übelst krass. Naja. Auf jeden Fall war es das hier von der weiteren Folge Subnautica. Ja. Diesmal... Boah. Ich weiß gar nicht wie lange alles gedauert hat. Es hat mega lang gedauert. Das Loch. Das einzigste Loch in der Aurora zu finden. War ja übelst krass. Ich hoffe ihr wisst natürlich wie man da reinkommt. Ob man jetzt eventuell... Das zeige ich euch mal kurz. Ähm. Ob wir das hier brauchen. Ein Laserschneider. Aber das Problem ist. Wo finde ich Diamant? So. Ich hoffe natürlich... Ihr wisst es. Oh hier kann ich gleich eine Taschenlampe herstellen. Werde ich in der nächsten Folge mal machen. Eventuell. Naja. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst mir doch einfach einen Kommi oder einen Like da. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.